Eklat in Israel. Israel hat nämlich jetzt Beschwerde gegen den deutschen Botschafter, den ehemaligen Regierungssprecher Angela Merkels, den Steffen Seibert, eingelegt. Das Ganze könnte zu einem richtig großen Politikum werden. Wir gucken uns die Situation an, sprechen mal darüber. War das berechtigte Kritik, die hier geäußert wurde am Herrn Seibert, ja oder nein? Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen, wir legen direkt los. Und wir sehen das unter anderem hier in der Welt, wird darüber berichtet, Israel legt Beschwerde gegen deutschen Botschafter Seibert ein. Und das ist wirklich unfassbar, wenn man sich überlegt, was hier gerade passiert und mit welchen Protagonisten unser Land auf der Welt vertreten wird. Einem ehemaligen Journalisten, der dann, weil er sich als Journalist wohl sehr gut dargestellt hat, auf einmal zum Nachrichtensprecher der Angela Merkel-Regierung wurde. Und das über Jahre lang gemacht hat, wir gucken uns seinen Lebenslauf gleich an. Und dann, mir nichts, dir nichts, als Merkel gegangen ist, ist er auch gegangen und ist dann nach Israel gegangen, als Botschafter. Einen der höchsten Ämter, welches du für die Regierung im Ausland übernehmen kannst. Das ist unvorstellbar. Aber der Reihe nach. Wir sehen hier, der Regierungssprecher oder Ex-Regierungssprecher Seibert ist mittlerweile der Botschafter und so weiter. Und er hat als Zuschauer eine Beratung des obersten Gerichts teilgenommen. Die Regierung von Netanyahu sieht darin eine Einmischung in innere Angelegenheiten und legte Beschwerde ein. Also kein einfacher oder kein simpler Vorwurf, sondern wirklich was ganz Handfestes. Und natürlich kann man hier argumentieren, ja Moment, der war jetzt bei einer Gerichtshandlung dabei, wollte sich informieren. Er weiß vielleicht selber nicht mehr ganz genau, wie und was er arbeitet. Vielleicht dachte er immer wieder, er wird Journalist und nicht Botschafter. Da kann man ja mal durcheinander kommen. Aber ernst bei der Sache. Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Wenn man da stumm sitzt, guckt sich das an, hört sich die Argumente an, sieht die Verhandlung, guckt, wie die Richterin sich äußert und so weiter. Alles gut, aber nicht in diesem Amt, nicht mit dieser Position. Das sind diplomatische Gepflogenheiten, wie man so schön sagt. Das geht nicht. Wenn er als Privatperson irgendwo auftauchen würde, was du aber nicht kannst, wenn du in diesem Amt bist, dann wäre das ja in Ordnung. Dann kann er das ja machen. Wenn ich da hingehen würde, wäre das bestimmt nicht so relevant wie bei einem Botschafter. Das ist ja wohl nur logisch, dass das zu einem Politikum sich entwickelt hat. So, und dann heißt es nämlich hier, geht es speziell um offizielle Beschwerde, die jetzt gemacht wurde und so weiter. Hier, die Beschwerde des Außenministers Eli Kohn sei über den israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prozor, übermittelt worden. Ein Reporter des israelischen TV-Senners Channel 13 hatte auf der Plattform X über den Vorgang berichtet. Und Israels oberstes Gericht hatte sich am Dienstag in einer historischen Gerichtsverhandlung, darum ging es, mit einem höchst umstrittenen Justizumbau der rechtsreligiösen Regierung befasst. Erstmals in der Geschichte des Landes kamen alle 15 Richter zusammen, um über acht Petitionen gegen eine verabschiedete Gesetzesänderung zu beraten. Zum Ende der fast 14-stündigen Sitzung gewährte die vorsitzende Richterin eine Frist von 21 Tagen, dass weitere Ergänzungen eingereicht werden und so weiter. Wir gucken uns jetzt mal an den Lebenslauf von Herrn Seibert. Wir sehen das einmal hier bei der Bundesregierung, ist hier noch ein Artikel über ihn drin. Steffen Seibert, Staatssekretär. Seibert war sowohl Sprecher der Bundesregierung als auch Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und das stand direkt der Kanzlerin Merkel. Ja, mein Beileid, hat er sich selber ausgesucht. So, und dementsprechend Zivildienst gemacht, Studium der Geschichte, Literaturwissenschaften, öffentliches Recht und so weiter. Volontariat hier beim zweiten deutschen Fernsehen, also ZDF. Dann hier Auslandskorrespondent in Washington war, lange Jahre oder drei, vier Jahre. Anschließend Moderator fürs Morgenmagazin. Dann Redaktionsleiter Hallo Deutschland und ZDF Reporter. Moderator heute Nachrichten und von 2010 bis 2021 Chef des Presse-Informationsamtes, wie gerade eben geschildert. Seit dem letzten Jahr, Juli 2022, schöner ... Posten als Botschafter bei Bundesrepublik Deutschland in Israel. Warum bin ich diesen Lebenslauf jetzt durchgegangen? Ich finde hier nichts vom diplomatischen Dienst. Ich finde hier nicht, dass hier ein Studium speziell dafür absolviert wurde. Ich finde hier nicht einen Punkt, dass eine Ausbildung oder sonst irgendetwas in der Richtung hat stattgefunden. Was qualifiziert denn den Herrn Seibert als Botschafter? Es gab ja auch zahlreiche andere Interessenten für diese Position und potenzielle Kandidaten als Botschafter in Israel, neben dem Herrn Seibert, die aber wiederum jahrelang erfolgreich und gut als Diplomaten gearbeitet haben. Aber nein, es musste wohl so sein, dass wir hier einen Versorgungsposten benötigt haben. Das ist schon wirklich unfassbar, wenn man sich das überlegt und was dadurch passieren kann. Das sieht man ja jetzt und das ist ja nicht die erste Situation, die es gegeben hat. Denn hier im letzten Absatz steht es auch noch drin. Sei bereits in der Vergangenheit von israelischer Seite kritisiert worden, nachdem er als Privatmann bei einer alternativen Gedenkveranstaltung israelischer und palästinensischer Familien zugegen gewesen war. Und ich habe ja gerade gesagt, du kannst, wenn du in dieser Position bist, nicht als Privatmann auftreten. Das funktioniert nicht. Ich glaube das nicht, dass das wirklich strikt voneinander getrennt werden kann. Sie gedachten dabei ihren Angehörigen, die im Konflikt beider Seiten getötet worden waren und so weiter. Und einige ultrareiche Demonstranten hatten daraufhin im Juni mit lautstarken Protest von der Residenz des Botschafters in Herzlidia eine Veranstaltung gestört, die dort stattfand, heißt es hier. Und nochmal, das sind logische Konsequenzen, wenn du, wie auch bei Annalena Baerbock, muss man hier als Außenministerin direkt mal wieder mit reinnehmen, einen Elefanten in den Porzellanladen lässt, weil diese Leute von solchen Situationen und Geflogenheiten offensichtlich keine Erfahrung haben. Das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Woher sollen sie das haben? Wenn eine Annalena Baerbock ihre Arbeiten, die sie vorher gemacht hat, was auch immer sie gemacht hat, Trampolinspringen und ähnliches Gesicht darauf konzentriert hat, dann ist sie darin vielleicht jetzt gut und eine Expertin, aber offensichtlich nicht, wie man sich im Ausland verhält. Wir haben es bei zahlreichen Beispielen, gerade bei Baerbock, gesehen, sodass sie jetzt auch noch, ich habe ein Video gerade vorgestern, gestern, drüber gemacht, dass sie den chinesischen Präsidenten live im US-Fernsehen als Diktator bezeichnet. Ob das so ist oder nicht, das ist irrelevant. Das kann sie nicht machen, wo wir in einer solchen Abhängigkeit zu China uns befinden, dass wir mit den großen Ex- und Import-Handelspartner einfach haben. Diese Risiken, die hier eingegangen werden, nur, oh, die hat's ja drauf, die ist ja klasse, die Annalena, das ist doch Schwachsinn, Leute. Das gebührt sich nicht bei solchen Positionen, bei solchen Ämtern. Damit kann wirklich mal was ganz, ganz Schlimmes ausgelöst werden, im allerschlimmsten Falle. Es ist wirklich unsäglich, wie hier vorgegangen wird. Beim Stefan Seibert drauf zurückzukommen, war das Ganze ebenfalls absehbar. Das ist ja auch nichts, was mich jetzt hier sonderlich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich auch noch per Ex in einem Video auf Hebräisch geäußert. Und das heißt dann hier, ich denke, etwas Wichtiges passiert hier für Israels Demokratie. Wir als Freunde Israels schauen mit großem Interesse auf das Oberstgericht. Das wollte ich mir ansehen, heißt es hier. Ja, das kannst du dir gerne ansehen. Da kannst du deine Lakaien, deine Diplomaten hinschicken, die für dich arbeiten, die wir bezahlen. Und kannst dir davon ein Protokoll dann führen lassen. Oder vielleicht auch eine Videodokumentation, die im Fernsehen übertragen wird oder Ähnliches angucken. Aber wenn ein Botschafter zu solch einer Veranstaltung geht, bedeutet das etwas, wie wir jetzt hier sehen. Ich bin gespannt, ob und welche Konsequenzen nach diesem zweiten Vorfall für den Herrn Seibert daraus folgen werden. Haltet euch im Laufenden drüber. Deswegen abonnieren nicht vergessen. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.